Wie zu den Leuten gehen müssen, ist es keine Frage der Hohlschuld, sondern es ist eine Bringleistung. Das heißt, dort wo der Beratungsbedarf wirklich da ist, diese Bremse zu wecken, die Bremse wegzunehmen, um einfach zu sagen, ich bin da, du kannst mich fragen. Ich glaube, wenn Hilfe zur Selbsthilfe da ist, wenn Menschen untereinander erzählen, da kannst du hingehen, da kriegst du eine Beratung, wenn es in der Tat vor Ort im Quartier angekommen ist. Das ist in der Tat das integrierte Denken, dass wir miteinander arbeiten und dass wir gemeinwohlorientiert, partizipativ und teilhabeorientiert Menschen diese Informationen zukommen lassen, damit sie selbstständig und selbstbewusst handeln können.